Ich wurde gehört, ich wurde gehört. Gleich ist das ja schon wieder so wie gerade. Mal gucken. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber die sollen es noch picken. Wer fängt an? Die Attackers, ne? Just Carrier. Hangover 96. Einmal... Erste... Dann... Ersten. Dann... Please. Kommen wir einmal. Mein Schatz... Mein Guest ist, es wird wieder kein Asset drankommen. Ja, ich weiß noch nicht, was alle mit dem gegen Ascent haben. Ascent ist wahrscheinlich die momentan geilste Map. Sobald die mal ein bisschen Kraft haben, kann man da richtig schön drauf spielen. Ja, aber das haben wir in der letzten Season ja auch schon mitbekommen. Da war nicht so viel Liebe für. Liebe für Ascent. Ja, vielleicht nächste Season, vielleicht machen wir dann so ein bisschen in die Richtung so ein bisschen T-Shirts für. So Season T-Shirts oder so. Liebe für Ascent. Liebe für Ascent. Ja. Erstes Motto. Alle haben Liebe verdient. Auch Ascent. Ja. Hangover... Keine Map ist illegal. Egal. So. Hängen wir mal noch ein bisschen am Einschlafen. Oder am Beraten. Wer weiß. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht einschätzen. Äh... Noch ein bisschen müde. Oh, beste Map rausgenommen. Split out. Okay. Das beste Map rausgenommen. Ja, Nightmare. Ja. Nein, das ist nicht ansatzweise die beste Map. Sicherlich. Wir spielen immer Split. Und wir wird das langsam echt... Split zu kommentieren ist unübersichtlich. Ja, das ist einfach klar. Das ist geil. Hahaha. Jetzt frag den Nightmare doch mal endlich. Ja, ich bin auch nebenbei am Kreuznittag. Du machst das jetzt. Ja. Ja, siehst du. Beschwerde ich mal. Ja, bei dem Tempel, wenn du arbeitest. Ist kein Wunder, dass Deutschland in der Wirtschaftskrise steht. Ne? Kein Teamworking. Achso, achso. Hahaha. Hahaha. So ist das. Au. Minus helfen. Trotz Verzögerung hat man mich anscheinend doch gehört. Okay. Dann... Das... Welche Matrix gespielt? Yeah. Ich... Ich wurde gehört. Ich wurde gehört. Liebe veräßend. Dann haben wir nur noch die Seite. Weißt du, ich hab schon Split ausgewählt. Ach, Leute. Hahaha. So. Nightmare Seite. Achso, okay. Hast du schon. Ja, ich hab das jetzt übernommen. Ja, ich... Du machst doch mal hype. Wie gesagt, jetzt mal, wenn du ein Buch fertig geschrieben hast... Ja, hey! Ja, wird jetzt auch immer bei uns klar hier. Weißt du, du? So. Bleib mal im Beraten. Angriff. Okay. Dann switch. Dann müssen sie einmal switchen. Alles klar. Dann mal... Switch, please. Und die... Ah? Es ist so. Ich könnte am Anfang auch immer in der Phase, wo wir noch nicht spielen, könnte ich auch einfach mal Eis... Also... Vor der... Bandphase könnte ich einfach mal Eisblock nehmen. Dann würde ich diesen Backpass auch schon mal 10. Weißt du? So. Okay. Ja, jetzt wird eingeladen. Alles klar. Passt das doch. Okay. Essence, Standard, Frankfurt 1 bleiben wir so. Passt. Warten wir nochmal kurz. Geht so lange wieder zurück ins Studio. Mal Wetter besprechen und dann geht's weiter. Genau. Zurück ins Studio. Die Teams finden sich noch ein. Wir werden das Ganze im Hintergrund starten. Und die können dann schon mal peaken, wen auch immer sie spielen wollen. Wir sehen das eh nicht früher, als wenn das Game gestartet ist. Und ähm... Direkt danach geht's auch schon los. Mit geballert, dummen Sprüchen und ganz, ganz viel Low-Skill. Mhm. Schaut schon mal... Aber Ascent, Leute. Ascent. Ja? Ich glaub das ist Premiere, oder? Ne, das hatten wir im letzten Match der ersten Season. Da war das allerdings aus anderen Gründen. Nicht, weil man sie mochte oder wollte. Sondern es war einfach nur, weil man dachte, okay, wir facken jetzt einfach den Gegner ab. Das war der Hintergrund damals. Mal schauen, ob's jetzt auch so ist. Wir werden's ja vielleicht nachher im Interview hören. Aber erstmal haben wir hoffentlich ein sehr cooles Match vor uns. Alle schreiben, ja, sind wahrscheinlich ready. Dann drück ich mal, wa? Dann hab ich auch deinen okay. Bist du ready? Ja, ja, ja. Ich bin ganz und gar ready. Ich bin ready seit 23 Minuten für dieses Match. Die anderen haben sich auch echt Mühe gegeben. Also ich glaub so drei Minuten vor fünf waren die anderen fertig, ne? So ungefähr? Ja. Also auf jeden Fall pünktlich. Ja. Haben sich gedacht, okay. Wir waren jetzt halt ein bisschen was länger, weil halt die Overtime im letzten Spiel kamen. Da konnte man jetzt wenig gegen machen. Hätte man vielleicht hinbekommen, pünktlicher zu starten. Aber das ist jetzt so. Hat sich auch niemand bein gebrochen. Ja, genau. Ne? Wie gesagt, jetzt haben wir ja gesagt. Können sein, dass es 15, 20 Minuten später wird. Tja. Wahrscheinlich ist God of Nightmare wirklich eine Wahrsage. Letztes Spiel. Ich weiß, God of Nightmare hat mehr Kontakt zu Akadari als umdran. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Hangover 96. Ey, ich geh auch um ein paar Teile schon, ja. Ich hab einen, also einen aus Akadari selber, ist ja auch bei Nightmare Antis jetzt im Start. Nightmare Antis ist jetzt ja aus Alpha eSports und Nightmare Antis aus der letzten Season. So jetzt ein Mix-Up. Haben sie jetzt zusammengetan, ne? Aber... Vielleicht mixe ich ja nächstes Mal auch ein bisschen was mit ein paar Jungs. Ne? Sondern nicht im Cast? Ne, die anderen Spiele caste ich dann. Und wenn ich selber spiele, dann geht's natürlich Richtung Treppchen. Ja. Geht's bei dir schon, dass du halt noch weißes Bild? Bei ich hab noch weißes Bild. Und es lädt noch alles. Ah, das stimmt. Ist ja auch ein bisschen davon abhängig, wie lange die pieken oder so, ne? Ah, okay. Und das braucht dann mal ein längeres weißes Bild. Haben wir jetzt, wenn die pieken, weißes Bild? Ja. Ah, okay. Na, was schöner, wenn man zumindest den Hintergrund gesehen hat. Richtig. Deswegen. Also wenn die fertig sind mit dem Pieken quasi, dann erkennst du das daran, dass im Hintergrund diese Melodie... Ja, ich hör's. Ja, jetzt hab ich auch die Melodie. Kommt. Die Melodie hab ich zumindest schon mal. Und für die Fragen an den Chat, ja, ich hab die Box nicht gelernt. So. Okay. Die haben ja alle grüne Fadenkreuze. Das ist ja... Ich guck den Angreifern zu. Weil das wäre God of Nightmare Team. Okay, ne, dann. Egal wie. Na, ich hab bei allen nur das Standard Fadenkreuze. Ich glaub, letztes Jahr hatten wir... Geht. ...einen anderen. Jetzt hab ich nur weiße Fadenkreuze. Also ich glaub ich hab nur das Standard Fadenkreuze. B. Wir machen uns einmal das, was wir grad eben verpasst haben, nämlich die Teamvorstellungen. Einmal auf der Verteidigerseite spielt das Team. Hangover 96. Mit Yaskaria als Raze. Einmal Sova mit als Wisp 2. Diö spielt Cypher, Phoenix und Oben. Jeweils gesetzt durch Prey und Trusty Molo. Und auf der Attackerside haben wir dann dagegen spielend die Nightmare Hunters. Mit God of Nightmare als Killjoy, eine Sova und ein Brimstone gesetzt durch Sherpa und Cookie. Sissus Pike hier spielt wieder die Sage. Und Nero ist mit Raze unterwegs. Alles bekannte Gesichter aus dem letzten Turnier. Außer Prey ist auch einer von denen, die sie umbenannt haben. Dann Nevermind, aber... Es geht auf jeden Fall die 1st Round. Man stellt sich hier vor dem Arsport auf. Von AlphaE Sports 3 vertreten. Und 2 von Nightmare Hunters aus der letzten Season. Der erste Frack ist auf jeden Fall in der Mitte von Trusty Molo gegen Nero. Nero hat da versucht von der Seite ein bisschen was zu flanken. Zu gucken, ob man A von 2 Seiten einnehmen kann. Dazu ist es natürlich nicht gekommen mit diesem Frack. Und jetzt stehen die quasi zu viert für A. Ich weiß nicht, warten vielleicht auf eine Info, auf ein gewisses Timing. Laufen ist aber auch schon gegen 4. Leute, es lohnt sich nicht die 45 Sekunden hier ab. So waren im Stream bis dahin, dass ich eh alles kennt. Hangover 96 auf jeden Fall schon komplett auf A verstoben. Stehen dazu 4 Männer, nur Cypher noch alleine B am Halten für den Fall. Das natürlich jetzt rotiert wird, aber der Spike ist down. Der Spike ist down. Ja, für die Hangover 96. Das können wir nicht mehr machen als wahrscheinlich einfach nur abwarten. Gucken ob hier noch irgendwie interessante Entschutz. Selbst wenn da kommt auf jeden Fall einer. Wisp 2 mit dem Kill. Scherper aber allerdings mit dem Refrag. Ja, die Zeit wird jetzt schon wieder knapp. Noch 10 Sekunden. Scherper im Eskalationsmodus. Noch 2 weitere. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ja. Ne, 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 die Zeit läuft ab. Das wird nicht mehr reichen, genau um eine Sekunde. Aber die Bombe konnte nicht mehr geplantet werden. Da hätte Cypher eigentlich theoretisch auch schnell auf Klo gehen können. Die Weißbeschleife war einfach zu lang. So. Und damit sind die Angreifer, das Team Hangover 96 natürlich, obwohl sie gute Entschutz gesetzt haben, wichtige Frags gefallen sind, jetzt erstmal in eine Eco getrieben. Müssen sie das Geld sparen, um dann in der nächsten Runde mit vollen Waffen und mit voller Leistungsfähigkeit quasi reinzugehen. Auf jeden Fall erstmal 1-0 für die Nightmare Hunters. Decke Gebiet auf. Auch wieder ein A-Aufbau, eigentlich genau dasselbe Aufbau wie gerade eben. Raised mal ein bisschen was defensiver in der Mitte wird, aber trotzdem gegen Trusty Moldi das Duell verlieren. Und der Rest steht wieder vor A. Ich weiß nicht, klar, die haben da den K-Joy-Bot aufgebaut, aber der K-Joy-Bot ist jetzt nicht dass die Müllchen das so viel Schaden macht, dass es da alleine irgendwie den ganzen A-Spot cleart. Es ist keine Meta-Leute. Jetzt wieder A gewartet. Es ist auch schon wieder 4 gegen 4 auf dem A-Spot. Bombe liegt jetzt wieder auf der anderen Seite der Mauer. Doch Nightmare geht alleine rein, Sterper stirbt jetzt auch noch beim Versuch eines Tracks. Und jetzt werden noch zwei Leute, die hier quasi lang halten. Flip drone unterwegs. Piker zu A. Ja, Piker wurde markiert. Ja. Cypher bewegt sich auch schon. Auch so. Dann stehen jetzt 5 Leute auf dem A-Spot. Eine sehr schwierige Situation hier wieder. Eigentlich noch so, wenn ihm was geht. Fram mit einem weiteren schönen Frack. Cookie? Ja. Kein Ace. Gürtel alleine. Kann auch nicht viel machen an der Stelle, also. Wollen wir nicht bösen nehmen, ne? Hangover 96 hat halt keine Waffen. Können gucken, was wir machen können. Mhm. Aber da war jetzt nicht viel möglicher so. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur ersten Waffe gegen Waffenrunde. Und aus irgendeinem sehr verwirrendem Grund. Frody, vielen Dank für den Follow. Ja? Noch... Ja, okay, so langsam wird gekauft. So ganz langsam. Ja, stack for follow, Frody. Cookie weiß noch nicht. Cookie bleibt erstmal für Pistole. Es ist total das, was der Rest gekauft wird. Normalerweise müssen wir jetzt ein ECO machen. Also ich verstehe nicht warum die da mit Spectress und Marshall in die dritte Runde reingeben. Und Cookie mit Pistole ohne Rüstung. Ja, also da war auch irgendwie Uneiligkeit. Ja, aber hier müssen die Phantoms fliegen, die Vandals. Ich will Operators sehen. Im Notfall nur Odin, aber keine Spectre in einer Full-Buy-Round. Das wird denen im Endeffekt Kopf und Kragen kosten. So schön. Ja, und jetzt kommen sie sich alle vor B. War schwierig. Nero verliert auf jeden Fall wieder das Duell-Gang-Trusty-Mollo. Das dritte Mal, dass oben da den Größen und zieht. Ja. Ja, das ist schwierig. Nein, das kommt noch nicht so ganz rein. Wir müssen noch nicht mit dieser Situation hier umgehen. So, es scheint sich noch nicht aktualisiert zu haben. Aber Yannick, ich glaube ihr habt jetzt eure 100 Follower voll. Ja, nice. Wenn ich es richtig gezählt habe, waren das 3 Follower jetzt über den Terminal weg. Also vielen Dank Leute für jegliche Follows, die die letzten Tage reingegangen sind. Äh, selbst bei dem Restream der ersten Season kamen ja einige. Also dafür auf jeden Fall ein dickes Danke. Jetzt wird sich zumindest in einen Raum weitergerückt. 30 Sekunden. 30 Sekunden noch. Jetzt hängst du zu drinnen in dem Raum. Schöner und wichtiger Frack vom Prey. Die Waffen-Chill-Hacken von Länge-Ober96 fehlt natürlich weiterhin. Der Rest wird weggesprayt, ja. So, jetzt hängen Ober96 aber endlich mal mit Money in the Tash. Ja. Nix mehr ein Nido-Dollar. Jetzt brauchen wir Wendel zum Kopfsystem. Der erste Wendel sehe ich im Gegner-Team. Ja, Phantom, Wendel, ja. Für Spectre, okay. Ja, okay. Lass mal eine Spectre dabei sein, je nachdem wann man das vom Gate her als Sinn gefahren sieht. Und eine Spectre. Ja, alles klar. So, viele Leute Spectre einen Arsch. God of Nightmare geht gegen dein System. Aber sonst haben alle auf dich gehört. Dabei hat er eigentlich das Geld kaufen zu können. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Trotz Reaktion, weil du es gesagt hast. Ich glaube, der spielt einfach nur ganz gerne seinen Spectre. Nein, nein. Meine These finde ich geiler. Okay. Hab den Spike. So, aber diesmal wieder ein klarer B-Aufbau. Man geht ziemlich langsam nach vorne. Sherpa jetzt mit dem Pfeil ein bisschen Informationen sammeln. Gucken, ob man auch welche im Endeffekt ziehen kann. Sieht aber nicht so aus. Nightmare Hunter. Langsam wieder nach vorne. Mal wieder so. Nach und nach. Jo und auch noch. Es wird weiter eine Information gesucht. Während derzeit die Nightmare Hunters auch schon von dem Namen ausschließen. Die Mitte ist komplett eingenommen. Cookie guckt doch nicht mehr nach hinten. Das gesamte Team steht jetzt in der B-Lobby. Cookie kick, guckt jetzt nach hinten. Wir bleiben nach hinten. Ja, nein. Pfeil gerade in den Arsch. Ich heile dich. Ja, rechtzeitig und auch wichtig reagiert, um ehrlich zu sein. Jetzt sind wir mal in einer 4-in-4-Situation. Vielleicht war das auch taktisch so gewollt, dass man die von hinten ein bisschen ranwältet und die dann umfährt. Allerdings ist das Spike jetzt in der Mitte down. Die Smoke kommt gegen Cookie und damit hat man den Spike jetzt auch zu dritt für Kontrolle. Raze Phoenix und Stehen dazu. Sehr schwierig jetzt. Sehr schwierig. An seltenen asozialen Spots. Ich weiß nicht genau, was die dagegen noch machen wollen. Noch 30 Sekunden. Ja, Cookie. Ja, aber Trusty Moody wird nach dem ersten. Schwierig jetzt. Sind oben aber oben nicht. Ja, und Trusty Moody. Gäß nicht. Der Spielzeit safe. Spielt sauber. Steht da einfach an seinem Spot, von wo er aus ähnliches davon verprediktet werden kann. Ja. Auch schon gemacht. Drei Frags. 7-2 für den Gutmann jetzt. Und 4-0 für die Nightmare Hunters. Für Hangover. Außerdem ein sehr löschriger Geldbeutel für Hangover 96. Also, da ist Name, wie wir weiterhin der Meinung sein können, Programm. Gestern die Rente versoffen, heute ein Problem eine Wendel zu kaufen. Ja. Ja. Phantoms sind da einfach beliebter bei Team Hangover. Was ist? Kein Phantom Fan? Kommt hier jetzt nicht mehr. Meine Freundin guckt mich immer böse an. Das ist wieder ein Aufbau vor A. Man nimmt es jetzt lange noch nicht ein, aber die Lobby auf jeden Fall. Doppel Smoke. Interessante Taktik, die man da eventuell erfahren will. Habe ich auch noch gar nichts gegen zu sagen. Auch die Info ist gesammelt für den Prey hier oben. Im Heaven Out Catwalk. Und da geht man jetzt drauf. Zu dritt zumindest. Wird ich mal gezogen. Jetzt zu viert. Die Refrax fallen doch noch. Da ist der Refrag. Jetzt 4 gegen 3. Der Cypher braucht auf jeden Fall etwas länger. Man sollte nur trotzdem mehr zusammen gehen. Steig hoch. Belastend hier. Also es bringt nichts, die ganze Runde nur nach hinten abzuaimen. Immer schön, wenn es funktioniert, aber meistens funktioniert es nicht. Jetzt geht es da vorne. Cookie Down. Letzter. Noch ein Racer Start. Und eingeengt. Tja. Von allen Seiten kam was. Spiegel Situation gewesen. 5-0. Ah, warte. Ich habe Blödsinn gelabert. Also Hangover hat gar nicht zu viel Geld gestern versoffen. Oder bin ich jetzt irgendwie völlig durch den Wind? Nein, die haben gar nicht zu viel Geld von mir. Hangover 96 ist ja am Führen. Ja, sag ich ja. Ich habe es jetzt verstanden, Leute. Ich bin zwar ein bisschen hinterher, aber ich bin noch da. Hangover 96 ist am Führen. Willst du uns mitteilen, dass dein Herz vielleicht doch nicht bei Hangover ist? Doch, ist es. Ich war die ganze Zeit nur verwirrt, was da insgesamt abgeht und habe irgendwie immer wieder Cookie gelesen. Ich dachte irgendwie, die waren denn Techers. Das war dumm von mir. Aber unabhängig davon, die Nightmare Hunters haben gegen die Blockspielparade gewonnen. Die Blockspielparade hat sich nicht abgemeldet und waren halt nicht da. Deswegen werden wir das halt so entscheiden. Vorsichtig! Ah! Okay. Ja. Okay. Ich dachte jetzt nämlich gerade, wenn Hangover das mit dem Nightmare Hunters macht. Das war das B-Team, ja. Und die Nightmare Hunters, die Blockspielparade haben. Dann ist hier irgendwas ganz komisches. Ich habe nur drauf gewartet auf die Frage. Soll natürlich jetzt nichts schlechtes heißen, aber man sieht jetzt aktuell noch so ein paar kleine Unterschiede im Vergleich zu letzten Matches. Nero jetzt mit der Orb in der Lage von hinten zu kommen. Hat auf jeden Fall eine gute Position um Infos zusammen. Cypher wird auch noch zu lange gebraucht. Frenzy aber in der Hand. Frenzy aber auch nur Orb. Denkock hat seinen Hinterzenten Schussshot. Jetzt geh für die Scheiß-Bombo und leg sie. Ja. Krieg nämlich schon Besuch. Verletzen. Schade. Schade. Muss ein bisschen schneller reagiert werden, wenn von hinten Steps kommen. Aber, ey, immerhin einen wichtigen Frack gab. Gut von hinten gekommen. Joa, und Hangover 96 jetzt auf jeden Fall in einer sehr potenten Situation. Die haben richtig Kohle teilweise. Zwei Leute mit fast 9000, also mit full bei. Also sind wir wieder die Marshal. Da ist das Konto voll. Wir brauchen wieder zu zweimal eine Spectre. Aktuell zwei Pistolen. Verhoffentlich kommt da noch mehr. Ne, eigentlich hat die nicht genug Geld. Geht in Echo. Die müssen Echo machen. Der Marshal kann man mal probieren. Vielleicht kriegt man einen wichtigen Frack oder so. Na, Marshal, das ist ja okay. Aber an sich ist ja Echo-Time. Und das ist auch nicht verkehrt. Die Sipte abgeben und dann einfach als Ingambler hingehen und sagen, Ey, die nächsten 5, die machen wir. Lassen wir diese Rolle noch. Aber Trusty wieder mit seinem Entry gegen Raze. Beinahe jede Runde kommt das Ding. Das Carrier, schön ultig. Trusty Molly geht jetzt durch die Smoke. Wird gleich gegen drei Leute facen. Sehr mutige Situation. Direkt aufs Team. Wisp direkt hinter ihm. Kann aber helfen, einen weiteren Frack zu holen. Und mal gucken, ob da noch mehr für den Molly drinsteht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Aber trotzdem wichtiger Schaden. Wissen wir, noch einen kann auf den dritten machen. Er macht den dritten. Ja, da ist es. Safe runtergespielt. Keine Frage. Er hat eine gute Position. Und lässt den Gegner halt agieren. 7-0. Ja, God of Nightmare aktuell noch nicht in der Form seines Lebens. Äh, erwartet noch einmal auf den ersten Kill. Der wird sicherlich kommen. Und dann zieht er auch eventuell schon an Palkia vorbei. Ja. Nein, also ich denke, die müssen sich irgendwo noch ein bisschen was fangen. Ich glaube schon, dass da mehr Leistung möglich ist. Sollen die auch nicht enttäuscht sein, wenn das jetzt nichts wird. Genau. Jedes Team hat mal so Spiele, ne? Es ist immer noch die Playoff-Phase, also das Comeback-System, also so oder so. Ja. Alles ist immer noch drin. Selbst wenn man hier jetzt alles noch verlieren sollte, man kann immer noch die Meisterschaft der Ring, ja? Den Cup holen. Wie man es nehmen möchte. Alles ist drin. So, Nightmare hat er jetzt aber schon wieder ziemlich A-lastig am Aufbauen. Killjoy und Sage in der Mitte oben werden gleich versuchen, über die Seite zu kommen oder Infos zu sammeln. Er wird ja auch B durchzuhüpfen, weil hier steht ja alles auf A mittlerweile. Uiuiuiuiuiui. Trotzdem entscheidet man sich für A. Übershort und überlang. Schön zum Spiel zu spielen. Also ich muss besser abhauen. Die Hoffung ist mehr als er allerdings nicht. Spike ist da auch noch short. Die Killjoy-Ulti wurde auch destroyed, ja. Der Eck ist leider zu bekannt. Aber Palkia, Palkia jetzt eventuell die Rettung des Tages. Palkia muss regeln. Palkia jetzt, ja? Riecht er das? Ist er jetzt in der Lage zu sagen, ich geh jetzt lieber zu B? Ja, ja, er macht's. Er macht's kluger. Kluger Move, ja. Ja. Ja? Da brauchst du ja. Cypher hat ihn gehört, aber trotzdem ist Palkia vorne. Palkia kann quasi entscheiden, wann er den Peaks setzt. Er muss jetzt nur reden, dass er Cypher CT eventuell ihn upaimt. Ja. Und er redet es, aber er schießt nicht. Schade. Schade, schade, ja. Ja. Er war auch ein sicherer Schuss an der Stelle von Thieu. Der hat hier heute einfach gar nichts zu tun. Der steht die ganze Zeit auf dem B, bis er dann merkt, das sind schon wieder alle A. Dann rennt er rüber. Das ist schon Alikdote. Na ja, man kann sich nicht beschweren. Und wenn man sich nicht beschwert machen kann, dann macht man wohl alles richtig, ne? Das ist auch fair. Oli, warte. Das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Der kommt unterwegs. Er ist ein bisschen mehr aufgeteilt. 3-2-Aufteilung. Ja, das ist deutlich defaultiger. Man sollte trotzdem mal langsam damit gucken, dass man auch hier genauso wie auf Split ein bisschen was mehr auf die Map mit Control spielt. Man hat ja gerade quasi gesehen bei der Sage, welche Möglichkeiten dann auf einmal bestehen. Deswegen, ich würde so mit zwei Leuten Richtung A lang faken und zwei Leute in die Mitte schicken und einen von B aus in die Mitte. Um die A so einen Stress machen, dann guckt man, ob man die in der Mitte irgendwie abfangen kann. Ja, Bombe liegt jetzt in der Mitte. Von am Rand. Da wird schön und her getrailt. Auch der Prey jetzt mit einem wichtigen Frag hier. Und jetzt noch Pykear und Sherpa zu zweit. Die Bombe ist dauernd auf dem Catwalk. Hm. Das machen Pykear und Sherpa. Das machen Pykear und Sherpa. Schicke Drohne. Armes Held ist leider markiert. Ich habe versucht gegen zu drohnen. Hat sich damit aber auch selber verraten, wo es steht. Und jetzt kommen die interessanten Aim-Duelle. Käfig ausgelöst. Waren keine schönen Schüsse, aber seltene. Pykear jetzt alleine am T-Spawn und guckt, ob was auszuschließen ist. Noch 30 Sekunden. Da ist halt der Spike down. Das weiß das Team um Hangover 96 Nummer auch. Und er wird jetzt einfach sicher in alle Richtungen, die möglich sind, up-aim. No. Raze versucht, der Scarier raus pushen. Boah, was ein Frag. Also schön mit dem Free-Aim, schön mit dem Headshot rumgezogen. Ah, das ist ein guter Platz. Ja, wieder eine Camp von Duell. Das sieht jetzt nach einem eher belastigen Aufbau aus. Mit 9-0 steht es mittlerweile, wie schnell die Runden vergehen. Ja. Tut mir einfach sehr leid gerade für die Nightmare Hunters. Aber ich habe das Gefühl, dass hier die Hangover 96 Acent auch geübt haben. Hm. Wie ich halt auch bereits gesagt habe, die Teams haben investet. Die haben sich teure Spieler gekauft. Da wurden Verträge verhandelt. Juventus, Turin ist seitdem pleite. Sponsoren melden sich. Ja, ich habe sogar gehört, Ölscheiche wollen da jetzt den Hangover 96 rein investieren. Allerdings ist da noch nichts fest, ne? Bleiben wir nicht. Ja, natürlich. Das ist doch alles Verhandlungsphase. Aber um es auf den Punkt zu bringen, Nightmare Hunters ist jetzt mal eine gute Ausgangsposition, auch wenn der erste Frack da ist. Ja. Jetzt kommt tatsächlich der wichtigste Frack, der Entry-Frag, um auf die B-Side draufzukommen. Da sind wir ja auch endlich mal im Plant. Die Bombe kann gelegt werden, genau. Der erste Plant verrundet werden. 30 Sekunden. 30 Sekunden müssen sie jetzt überleben und die Gegner davon fernhalten, zur Bombe zu kommen. Es kann den denötigen Push geben, vielleicht wieder so ein kleines Comeback anzuregen. Es kann sogar sehr gut funktionieren, weil zwei von den Verteidigern mit einer Orb unterwegs sind und das ist sehr langsam. Mit einer Orb kannst du nicht gut pushen. Nur abaim. Aber da wurde auch schon gewechselt, dass die Molter-Hotts sich ins Phantom geholt, um halt eventuell mehr Frack-Potential zu haben. Da sind sie. Und hier wurde auch noch auf den Phantom gewechselt. Sehr schön gespielt. Du bist alleine gegen Schöpfer und Mike, aber Schöpfer ist da. Kein zu null. Und ja. Kein zu null. Ich weiß nicht. Du kennst ja bestimmt aus diesem Film und so, wenn jemand so einen Stein irgendwo in eine dunkle Tiefe wirft, um zu gucken, wie tief es wirklich ist. Neun eins. Das ist so, als würdest du es ganz lange gar nichts hören. Du gibst schon fast aufwitzig umdrehen, weil du sagst, niemals springe ich da rein. Aber dann hörst du den ganzen einen so plömm. Und du denkst ja so, okay, es gibt einen Boden. Ich spring trotzdem nicht rein, aber es gibt einen Boden. Und wie dieser Lichtblick, um die Metapher weiterzuführen, die überhaupt gar nicht passt, wird eventuell auch die Nightmare Hunters jetzt hier das Comeback feiern. Ich hab mir wieder aufgewartet, dass es jetzt noch nicht in den Sinn kommt. Aber ich fand's Tropfen sehr schöne Geschichte. Danke. Geschichten erzählen war noch nie meine Stärke. Ich fand's toll. Es gibt die Sahne auf dem Kirscheis, ne? Die Sahne auf dem Kirscheis? Wäre es nicht die Kirsche auf der Sahnetorte? Ist mir egal. Ich drehe alles um. Okay. Aber auch nur, weil du lieber Kirscheis magst, ne? Eigentlich ist er nicht so Kirsch-Fan, aber okay. Ja, jetzt spielt Nightmare auf jeden Fall nach dem Monster Never Changed Running System und denken sich so, oh, wir sind gerade um Bedroff gekommen. Da können wir jetzt nochmal drüber. Gucken, ob's funktioniert. Aber ey, Nero hier voll am eskalieren, ja? Also der Start im Spiel war nicht gut für ihn. Aber jetzt ist er wenigstens von, ähm... Mittlerweile mit einem Topfrag. Zweiter Platz ist einfach noch ein bisschen häufiger gestorben, besonders weil, äh, Trusty Mollo, also der Gegnerische oben von den Hangover 96, einen schweren Tag gemacht hat da in der Mitte. Aber er findet langsam ins Game rein. Hm? Wer weiß. Zwei Hangovers noch in dem. Jetzt ist noch ein Kater unterwegs, der ist auch tot. Meine Ult ist nicht bereit. Ich würde sagen, wird Zeit für ein Konterbier. Alternativ, ähm, könnte das jetzt ganz schnell dahinten losgehen. Und der Seitenwechsel, Seitenwechsel kann auch wieder was bewirken. Also, wird noch eine spannende Nummer. Spannendes Ding auch hier drüber. Nein, Martin, das ist jetzt ähnlich wie bei der Unterhosen-Mafia am Anfang. Ziemlich, ähm, mussten sowas einstecken. Aber dann war sie so wachgerüttelt, dann ging es, ähm, in die gute Phase. Vielleicht sehen wir auch jetzt hier genau das gleiche, den gleichen Effekt. Weißt du, ich fühle mich gerade wie so ein Frank Buschmann, der am Donnerstag noch irgendwie Deutsche Liga oder sowas, DFB-Pokalfinale gecastet hat. Und jetzt auf einmal damit beschäftigt ist, Bezirks-Kreis-Liga zu casten. Und nicht genau weiß, wie er dazwischen switchen soll. Aber das funktioniert schon. Haha, wir gerade noch ein bisschen hier. Nein, ist auch nicht böse gemeint. Ist natürlich ein Fun-Turnier der Community und ich habe euch alle wunderbar liebt und nicht böse. Aber es ist einfach lustig teilweise das Ganze zu sehen. Was ein Sprachlos. So, Sherpa jetzt aber mit dem Frack auf Vescaria. Aktuell in einer 4 gegen 3 Situation. Pray with Dio. Ihr müsst euch eine gute Position suchen. Gott sei Dank ist er mit zweit. Was ein Warholbang. Also, wichtige Fracks. Wisp geht mit der OTT her. Kann sich noch den Cookie snacken. Kommt noch jemand weiteres? Und so schnell von einer 4 gegen 3 Situation kommen wir zu einer 2 gegen 3 Situation. Das ist schade. Noch 30 Sekunden. Da sind zwei Leute halt gestorben, ohne dass ein Refrag kam. Geht zwar weiter. Wisp kommt weg. Aber... Wisp wurde geflankt. Schnauptpistole gewechselt. Ja, trotzdem. Nero DX mit einem wichtigen Frack quasi an der Stelle. Jetzt können wir mal bei Sherpa zugucken. Der hat schon ein paar gute Fracks gemacht. Der ist momentan mit am fittesten, würde ich mal behaupten hier. Aber die Zeit. Sie läuft wieder knapp los. 18 Leben, sprich gegen ihn. 18 Leben sind egal. Vielleicht noch ein bisschen abstauben. Solange die Gegner nicht mehr als 150 Leben haben, kann man sie mit einem Headshot töten. Klappe zu! Affe tot! Das kann auch bei so einem Nicht-Profi-Bereich auch so ein bisschen dämpfen. Okay. Einmal einen husten. Lass mal down. Ja, ja. Das ist natürlich richtig. So die Motivation ein bisschen gedämpft so. Da ist einfach das Head-Aim was anderes. Das ist keine Frage. Also wenn man jetzt in den Profi-Bereich geht, die machen halt zwei von drei Kids sind halt Headshot. Also so 66% ist normal. Muss sein. Denn ansonsten kann es da oben halt nicht mitbestehen. Und hier ist das natürlich woanders irgendwie vielleicht zwischen 20 und ich sag mal 33% oder so. Aber nichtsdestotrotz, auch zwei mal 33% sind 16,5%. Ne, warte. 33% sind 11%. Es gibt eine 11%ige Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zwei Headshots in Folge gemacht hätte. Ja. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich kann euch das gerne gleich nochmal vorrechnen. Ich habe hier keine Tafel jetzt. Die ich mir schnell einblenden könnte. Ja, jetzt aber der Info-File in die Mitte Jescaria wurde entdeckt. Man könnte sich jetzt wahrscheinlich schon wieder bewusst darüber sein, dass das wieder ein A-Aufbau ist. Aber wichtig jetzt wieder auf A zu spielen. Ja, man ist jetzt mehrfach B angegangen. Warte mal. Es ist Seitenwechsel. Wir haben die Halbzeit durch. Dementsprechend. Gegen die Nightmare Hunters in ihrer Pistel-Round um A. Es tut mir leid, dass ich gerade einen Hänger hatte. Auch für mich ist das mittlerweile ein langer Tag. Ähnliches Bild wie vor dem Seitenwechsel. Kleine Anstauung, um dich zu kommen. Ja, genau. Genau, so ein Bot, der eventuell ein bisschen Info sammelt und auf Aspekte, in dem da hinten steht. Aber um den Unterschied einfach mal klar zu machen, hängen over 96, ist hier mit deutlich mehr Tempo draufgegangen. Zum Beispiel einen Bot in dieser Zeit einnehmen. Auch wenn die zwei, also mehr Leute quasi verloren haben. Aber die Bombe ist gelegt. Sie haben den Druck raus. Und das ist das Wichtigste. Infos kommen. Double-Frag von D.Ö. Holy, holy. Wie schlecht. Da geht weiter. Nero, gut gehabt. D.Ö. Jetzt noch zuzukommen. Nero ist auf jeden Fall bekannt. Kann nochmal markiert werden. Aber Cookie kommt vom Heaven und holt sich den sicheren Frag. Werft ruhig eure Granaten durch die Gegend, schwenkt die Fahnen. Da ist die Freude da. Nightmare Hunters mit der dritten Runde. Ja. Auch in der letzten Season gut zu sehen, Defender hatten immer so einen kleinen Vorteil hier. Hat das immer ein bisschen mehr bestimmt, die Halbserie, als die Angreifer. Es ist halt dasselbe wie zum Beispiel mit den Kopfschüssen. Wenn die Kopfschüsse sitzen und es funktioniert alles, dann sind das eigentlich alles sehr ausgeglichene Maps. Da hat sich Valorant sehr viel Mühe gegeben, dass das wirklich Balancing ist. Und das zeigen auch die offiziellen Statistiken aus sämtlichen internationalen Matches. Die meisten Maps haben Attacker zu Defender irgendwo 47 zu 53 Prozent und sowas. Das ist wirklich ganz knapp. Aber wenn es dann weiter nach unten geht, ist der Verteidiger immer im Vorteil. Umso weiter man nach unten geht. Weil die halt warten müssen und die anderen halt nicht wissen, was ist jetzt taktisch eventuell das Richtige. Da fehlt dann noch ein bisschen die Erfahrung. Und halt auch die Möglichkeit rumzugehen und direkt einfach einen Headshot zu drücken. Gegenwort. Mitte. Zwei gegen zwei Situation. Das ist beinahe der Cypher von Nero. Kriegt ihn aber leider nicht. Während der Zeit wird aber über A Short gegangen. Das heißt, man hält hier quasi die B-Spieler, fängt hier ein bisschen was über den Market. Aber es wird trotzdem zu A gegangen und die Killjoy muss jetzt gegen oben. Sova und Phoenix kämpfen. Gucken, ob da was rauskommt. Word of Nightmare. So, dir gehst du die Cookie. Wirf die Swarms, macht sogar noch einen. Und, nix. Hat beinahe noch die Escaria mitgenommen. Aber Escaria wird angeschossen, reagiert, gibt dem 180 auf Doom und Darkness. Damit steht es jetzt auch schon 11 zu 3 für Hangover 96. Ihr macht mich stolz Mädels und Jungs oder Jungs und Mädels. Mir egal in welcher Reihenfolge ihr das lieber habt. Baue ich das keiner divers oder? Bevor ich das jetzt äh... Ja, alles Fun mäßig. Wir können auch unsere Grammatik im Fun bereich halten, ne? Da wird jetzt enthalten. Da werden die Odins ausgepackt. Kommen die Odins? Da kommen die Odins. Okay, Trusty Moly mit der Odin. Die erste Odin wurde ausgepackt, Trusty Moly. Ich habe kurz zwei gesehen, aber das... Mit der Odin wird anscheinend teleporten. Ob das jetzt ein guter Move ist, weiß ich nicht. Odin teleport? Ne. Nein. Nero mit dem Frack stand halt direkt da drunter und im Rücken damit von dem Teleport. Brimstone mittlerweile bekannt, wird gewallbanken, kann aber gut überlegen. Du bist fliegt dein ganzes Magazin. Und der ist Carrier auch mit einem wichtigen Frack gegen Nero DX. Jetzt sind wir in einer 3 gegen 2 Situation. Drei auf Hangover auf der Attackerside. Aber alle zusammen, wenn ich das richtig sehe hier in der Lobby. Und in der Zeit Palkia von hinten am Kommen. Das scheitere ich auch immer. Ja, aber... Wenn ich ihn finde, Mann, da. Palkia von hinten holst du den ersten gegen Dill. Zieh zurück. Immerhin ist er jetzt auch bekannt. Und dann warten wir Frack. Wichtiger Frack. Richtiges Reading. Also erst den Killhund, dann zurückziehen. Und einfach sagen, ey, 2 und 2. Lass uns das jetzt nochmal neu blättern. Die Karten wurden gemischt. Alle haben jetzt die Chancen, diese Runde nochmal zu holen. Jetzt war ein Bitter aus. Ja. Wunderbar. Schönes Training für Palkia. War schön gesetzt. Sehr schön geredet, ja. Und der Spike ist dann halt auch quasi down. Das sollte ja eigentlich aussehen, genau. Und die Killjoy müsste dann jetzt zur Hilfe kommen. Allerdings läuft die Killjoy irgendwie nach A. Killjoy! God of Nightmare. Nicht sein Spiel heute. Ja, das passiert halt mal. Ja. Noch 10 Sekunden. Du hast ein Fest. Ich jedoch bin ein Berg. Aber gut, egal wie ihr safe runtergespielt, die vierte Runde für die Nightmare Hunters. Das ist auch, ich denke, für das Ego wieder eine wichtige Runde quasi, um das Ganze zurückzuhören. Und wir kommen jetzt in eine sehr interessante Spielphase, in eine sehr interessante Mechanik. Und zwar, dass die Ecos immer von einem anderen Team gewonnen werden, ja. Wir haben die Nightmare Hunters, die die erste Runde gewonnen haben. Theoretisch können die dann mit Waffen reingehen. Aber die verlieren die zweite Runde. Dann können die Angreifer, also Hangover mit Waffen reingehen, verlieren aber die dritte Runde. Und damit, ne, das wechselt sich spontan immer an. Weil die mit den Waffen quasi verlieren. Und das geht die ganze Zeit so hin und her. Mal gucken, wie lange das hin und her gehen kann. Eigentlich maximal zwei Runden. Weil dann hat Hangover gewonnen. Aber gut. Jetzt sieh mit Control. Die Taktik, die ich sehen wollte. Das Carrier sehr weit vorne. Hat keinen Refrag Potential, aber holt sich den Frag einfach direkt. Wenn die Statistik einem recht gibt. Wird aber gesehen. Kein gutes Positioning von God of Nightmare. Da muss er ein bisschen was weiter von der Kante quasi weg, damit er halt auch die Gegner früher sehen kann. Ich spreche halt die Schulter halt offen. Ich spreche halt die Schulter halt offen. Ich spreche halt im Video hoch. Aber da geht's. So, Pykia und Neuro. Nicht gerade geschossen von Neuro. Leider nicht so gut. Wir können ja mal auf Pykia wechseln, was da jetzt genau kommt. Da ist der Plan am Start. Verteidiger, holt sich den ersten. Ja, Pykia gut. Oh, schade. Erster Matchpunkt. Geht zu A. Ja, quasi jetzt der erste Matchpunkt für die Hangover 96. Vielleicht werden sie ja jetzt zu Hangover 97. Wer weiß das schon. Ey, letzte Runde. Ich muss noch ein paar raushauen. Ey, wieder gut. Die Unterhosen Mafia wird auf jeden Fall morgen neue Dinge holen, weil die sind mittlerweile alle gelb. Die haben sich ziemlich eingesunken und durchgeschwitzt. Aber im Endeffekt gewonnen. Nein, wir sind jetzt in diesem Spiel. Es wird wieder überlang gegangen. Auch wieder mit einer Odin beim Strusty. Und der bricht einfach die komplette Wall von der Sage auseinander. Was will die auch gegen Odin machen. Erstmal halbe Fluss nachladen. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Dass die Greys kommt während derzeit von hinten. Kann vorlang bei diesem Retag eine unglaublich wichtige Rolle einnehmen. Und ich guck mir das jetzt mal an, was da abgeht. Wenn ich sie finde, da ist sie. Schade. Wird von Fraga geredet und geholt. Und damit spielt man jetzt eigentlich noch zwei von Shorten und zwei von Heaven. Kann ich gewonnen? Überschreiber? 3 zu 4. Die Fragas summiert, reicht damit Hangover 96 damit das nächste Spiel gewonnen hat. 13 zu 4. Ja, wenn ich das richtig gezeigt habe. Genau. Zwei März, das es heute gab, beide hätten so eine Verfehlen, dass es nicht sein könnte. Boah, dass das ja nicht mal so eine Total Dominance war, das war halt einfach jetzt, es hat zu lange gebraucht, bis Nightmare Hunters quasi fit waren. Also ich könnte auch sagen, dass Hangover einfach durch den Spike Crush wirklich warm geworden sind, aber man weiß es nicht. Man hat einfach das Gefühl, die haben schneller ein Spiel gefunden und dadurch halt einfach erstmal auch mit neun unbeantworteten Punkten quasi starten können. Das wieder aufzuholen, das braucht Männlichkeit. Oder auch nicht. Eier, Eier meine ich so. Wir brauchen Eier. So. Hängen wir damit schon, erstes Spiel gehabt, erster Win. Nein, Maren hat es jetzt, ihr erstes richtige Spiel gehabt, aber aus Statistik gesehen, jetzt der zweite. Stehen jetzt mit 1-1 da. Ich bin Herr Scherr, über dem Meer, totali, ne, Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen, ich bin Herr Scherr, hei, scheine Pschin, ne, hände nass auf dem Gehütten, ne, ne, na, du, hände nass auf dem Gehütten, hei, mir, hei, scheine Pschin. Nein.